Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans aus Bahrein nach Testtag Nummer 1 und eigentlich hatten wir euch ja in Barcelona versprochen uns hier wieder direkt aus dem Fahrerlager zu Wort melden zu wollen. Die Formel 1 hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, die rechtlichen Dinge sind noch nicht aussortiert und deswegen müssen wir vorerst mal weiterhin aus dem Hotelzimmer filmen, was leider dazu geführt hat, dass ihr den Vlog viel später bekommt, weil wir uns erstmal noch durch den Stadtverkehr kämpfen mussten. Donnerstagabend ist ja quasi hier der Freitagabend in Bahrein, also zumindest was Wochenende angeht und das hat ewig gedauert, bis wir im Hotelzimmer waren, aber ihr habt dafür auch einen Bonus, denn wir dürfen hier so lang aufnehmen, wie wir wollen und es gibt einiges zu besprechen und wir dürfen auch eine richtige Kamera verwenden. Ob das bei dem Motiv jetzt von Vorteil ist, sei mal dahingestellt. Jetzt aber zum Sportlichen, was hier an Testtag Nummer 1 los war und das hat erstmal mit einem richtigen Kracher begonnen. Mercedes ist mit einem radikalen Fahrzeug aufgetreten und ich hätte dabei fast noch mein Handy gestrottet, wie es dazu kam, dass gleich jetzt erstmal wollen wir uns noch anschauen, was auf der Strecke an sich los war. Pierre Gasly hat sich die Tagesbestzeit an seinem Alfa Tauri geholt, allerdings hatte er schon die C5 Reifen aufgeschnallt. Das sind die weichsten Reifen, die Pirelli hier überhaupt im Regal stehen hat. Deswegen, ich sage es weiterhin, auch wenn wir jetzt inzwischen in Bahrain sind, alles mit Vorsicht genießen, das sind Testfahrten. Ich bin mal gespannt, ob dann die Rennsimulationen kommen, da kann man schon ein bisschen mehr draus lesen. Jetzt an diesem Clasement bitte noch nicht zu viel ablesen. Trotzdem hat Ferrari schon den einigermaßen guten Eindruck aus Barcelona bestätigt. Carlos Sainz und Charlie Claire, die sind hier auf dem C3 Reifen auf die Ränge 2 und 3 gefahren, also ganz ordentlich weitergemacht. Für McLaren hat der Testtag nicht besonders gut begonnen. Eigentlich hätte Daniel Ricciardo im Fahrzeug sitzen sollen. Er hat aber Übelkeit gemeldet. Entwarnung, auf der Seite ist es zumindest kein Corona. Aber ihm ging es nicht gut, er konnte dann nicht fahren, konnte auch an den Filmaufnahmen, die vor der Trainingsession oder vor der Testsession stattgefunden haben, nicht teilnehmen. Und für ihn ist dann Landon Norris eingesprungen. Man hat da leider schon eine halbe Stunde in der Früh verloren, weil man das Auto umbauen musste auf Landon Norris und man konnte dann das Auto nicht sofort umbauen, weil ja erstmal noch die Filmaufnahmen auf Startziel gemacht wurden. Und da war dann schon der Tag ein bisschen gebraucht und dann gab es auch noch größere Probleme mit der Bremse den ganzen Tag über. Insgesamt ist man dann nur auf 50 Runden gekommen. Alles andere als optimal also für McLaren hier gelaufen. Alpine hatte auch ein bisschen Technikprobleme. Dort lag es an der Kühlung. Insgesamt haben wir zwei Rotphasen gesehen. Lance Stroll hat einmal ein paar Aero Rakes verloren und Sergio Perez hat dann ganz kurz vor Ende der Session noch den Red Bull einmal um die eigene Achse gedreht. Alles halb so wild, also nichts Gravierendes passiert. Jetzt aber zum Mercedes und jetzt zu der Geschichte, wie das Handy fast kaputt gegangen wäre. Es gibt hier ja diesen Dreh, den gibt es jetzt inzwischen immer beim Saisonauftakt. Man will schöne Bilder haben für das Intro mit allen Fahrern und mit allen Autos. Und dafür mussten die Autos vor Testbeginn auf die Startzielgerade geschoben werden. Und wir durften dann nur ein bisschen hinter der Leitplanke stehen, konnten dann die Autos nicht richtig sehen in dem Moment und mussten dann warten, bis die Autos wieder runtergeschoben werden von der Startzielgeraden. Und da bin ich dann dem Mercedes so schnell hinterher gelaufen, weil ich wusste, okay, da ist was Radikales dran, dass das Handy aus der Tasche geflogen ist. Aber ein lieber McLaren Mechaniker hat geholfen, hat es aufgefangen und hat verhindert, dass die anderen Formel 1 Autos dann drüber geschoben wurden. Was hat man jetzt an dem Mercedes so radikales sehen können? Hat sich es rentiert, das Handy da fast zu schrotten? Ja, es hat sich rentiert. Der Seitenkasten radikal wie noch nie zuvor in der Formel 1 Geschichte. Ich habe beim Technikcheck nach der Präsentation schon geschrieben, wo bitte sind die Seitenkästen? Und das muss ich jetzt revidieren. Jetzt muss man sagen, wo bitte sind die Seitenkästen? Komplett andere Anordnung. Sie existieren wirklich fast nicht mehr. Die Öffnung, sie ist nicht mehr senkrecht zum Chassis und nicht mehr waagerecht insgesamt, sondern sie verläuft parallel zum Chassis und ist senkrecht und verläuft also wirklich wie ein Schlitz direkt parallel zum Chassis. Unten öffnet sie sich ein bisschen diese Öffnung und die Seitenkästen selber sind dann danach sofort zusammengezogen. Also eigentlich existieren sie fast nicht mehr. Sieht ultra spektakulär aus. Oben drüber muss man ja noch irgendwie die obere seitliche Crash-Struktur unterbringen. Dafür ist ein komplett eigener Flügel entstanden und auf diesem Flügel ist dann der Rückspiegel angebracht und ein paar Aero-Elemente. Das hat für ordentlich Aufsehen und auch ein bisschen Ärger gesorgt. Warum? Weil diese Aero-Elemente da oben eigentlich nur für die Spiegelbefestigung gedacht sind. Es ist aber eine Grauzone des Reglements. Um ehrlich zu sein, ich kann euch noch nicht ganz hundertprozentig erklären, wie das genau ist, was da erlaubt ist. Man tut sich da auch bei den Teams schwer, das zu erklären. Die FIA will nicht darüber sprechen zum aktuellen Zeitpunkt. Es ist auf jeden Fall so, dass es offensichtlich legal ist, was Mercedes da gemacht hat. Aber es ist nicht wirklich in der Intention. Also man hat mit dem Reglement etwas anderes beabsichtigt. Deswegen gibt es da große Aufregung. Christian Horner hat bei den Kollegen von Automotor und Sport gesagt, seiner Meinung nach ist das nicht okay, was da gemacht wurde. Dann hat Red Bull schnell darauf reagiert und hat diese ganzen Aussagen widerrufen von Christian Horner. Er hat gesagt, er hat sowas nie gesagt. Ich kann euch versichern, der Kollege, der mit ihm gesprochen hat, der hat hundertprozentig mit ihm gesprochen. Er ist hundertprozentig zu vertrauen. Also wirklich erbärmliche Aktionen von Red Bull da versuchen, das irgendwie noch zurückzuholen. Man muss dazu sagen, Christian Horner war nicht im Team-Outfit im Fahrerlager und man hat es dann irgendwann in der dritten Iteration des Statements von Red Bull so gemacht, dass es kein offizieller Kommentar war, was Christian Horner da von sich gegeben hat. Also das war sehr unglücklich auf der Seite. Mattia Binotto ist zu seinem Wort gestanden, hat gemeint, der Mercedes ist ein fantastisches Auto, super Engineering und so weiter. Aber bei den Spiegeln, da meint er auch, da muss man aufpassen, da meint das Reglement eigentlich etwas anderes damit. Hat aber nicht gesagt, dass sie illegal sind. Ich hoffe, euch haben die Fotos gefallen, die ich dann noch schießen konnte vom Mercedes und wir konnten auch Fotos vom Aston Martin zum Beispiel schießen, vom Aston Martin Kühler, von dem Kühlarrangement und vom Seitenkasten. Sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr habt es schon gesehen auf der Website. Wenn nicht, unbedingt nachholen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, unbedingt natürlich die motorsportmagazin.com App runterladen, kostenlos für Android und iOS. Da könnt ihr das Ganze auch anschauen. Und da kann man sehen, wie viel Platz da eigentlich in diesem Aston Martin Seitenkasten noch ist. Da ist sehr, sehr, sehr viel frei und ähnlich ist es auch bei anderen Teams. Bei Ferrari zum Beispiel hat man ja auch gesagt, man nutzt nicht den gesamten Raum unter dem Seitenkasten für die Kühlung. Und das hat rein aerodynamische Zwecke. Und auch bei Mercedes heißt es, man musste am Kühlarrangement nichts ändern. Man hat das einfach nur ein anderes Bodywork jetzt rumgemacht. Ganz interessant, wie ich finde, diese Lösung. Overcut statt Undercut. Und manche meinen schon wieder, es war Absicht von Mercedes beim ersten Test noch nicht alles zu zeigen. Das ist absoluter Quatsch. Hätte Mercedes das schon gehabt, hätte man es natürlich getestet. Aber an einem gewissen Zeitpunkt muss man mal mit dem Design, mit der Weiterentwicklung aufhören. Die Teile müssen in die Fertigung gehen. Und deswegen sieht man einfach eben nicht immer den aktuellsten Stand beim ersten Test. Völlig normal, also ganz normale erste Weiterentwicklung. Dann war natürlich Haas auch mal wieder ein großes Gesprächsthema. Wir haben gestern schon ausführlich über Nikita Marzipan gesprochen. In der Zwischenzeit hat sich da noch was getan. Sowohl Nikita als auch Vater Dimitri sind auf der Sanktionsliste der EU. Kommt Haas wahrscheinlich ganz gelegen in diesem ganzen Rechtsstreit jetzt. Aber Kevin Magnussen, der wurde bestätigt als Ersatz für mehrere Jahre sogar. Das war die große Überraschung auch. Und der war heute schon an der Strecke, hat mit uns gesprochen. Also aus K-Mac wurde C-Mac, Comeback-Mac, wie auch immer. Er war natürlich bestens gelaunt, ist aus seinen Verträgen bei Peugeot und Chip Ganassi noch rausgekommen. War da sehr dankbar und musste nicht lange überlegen. Der hat die Gelegenheit hier beim Schopfe gepackt, hat sich richtig gefreut, wieder in der Formel 1 zurück zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so locker wie hier habe ich ihn noch nie erlebt in der ganzen Formel 1. Das ist ja schon sein zweites Comeback, nachdem er nach seinem kurzen McLaren-Stint mit Renault erstmal wieder zurückgekommen ist. Bei Haas ging es aber noch weiter rund, denn es war ja schon klar, dass man den Vormittag hier am ersten Testtag verpassen würde. Warum? Es gab Probleme mit der Fracht. Die Fracht, die hing erstmal noch in England fest. Was war da genau los? Ein Flugzeug sollte aus Istanbul kommen. Das hatte allerdings einen technischen Defekt. Also ist dieses Flugzeug nie angekommen. DHL hat dann ausgeholfen. Das war ein Formel 1-Cargo eigentlich, mit dem das gehen sollte. DHL hat dann wirklich schnell ausgeholfen, hat die Haas-Fracht von England nach Deutschland geflogen, nach Leipzig. Und dort ist es dann mit zwei Fliegern nach Bahrain gekommen. Jetzt hat Haas natürlich aus Gründen den ersten Testtag zur Hälfte verloren, die man nicht selbst verschuldet hat. Und es gab jetzt Diskussionen, ob Haas das dann nachholen darf. Gründe, die man nicht selbst verschuldet hat. Wieso? Ja, das ging mit Formel 1-Fracht. Und der Konstrukteursletzte darf erst den letzten Flieger nehmen. Es gibt ja mehrere Flieger und die werden befüllt nach Konstrukteursrang. Haas war also auf den letzten Flieger gebucht. Konnte also nichts dafür, dass diese Schlamassel passiert ist. Deswegen hat man versucht, das irgendwie zu kompensieren. Und bei Haas war die Idee so, okay, wir haben den ersten halben Tag nicht gefahren. Wir können ihn ja einfach hinten dranhängen. Also am Sonntag, wenn hier gar nicht mehr getestet wird, könnten wir noch den Vormittag testen. Dafür hätte es allerdings die Zustimmung aller Teams und der FIA gebraucht. Denn im sportlichen Reglement steht drinnen, dass die Testtage drei in einem Stück sein müssen. Da hat man die Teams nicht alle dahinter bekommen. Drei Teams waren offenbar dagegen. McLaren hat Günther Steiner gleich genannt, dass die dagegen waren. Dazu auch noch Alpin und offenbar Mercedes. Toto Wolf hat sich in der Pressekonferenz ja auch schon ein bisschen besorgt gezeigt, was das anging. Warum war man dagegen? Auf der einen Seite hat man sich gedacht, okay, ein zusätzlicher Tag oder eine zusätzliche Nacht vor allem, die man da hat, die Daten zu analysieren, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Man hat dafür den Gegenvorschlag gebracht, Haas kann ja am ersten Tag gar nicht fahren und dann einfach hinten dran den ganzen Tag hängen. Diese Idee war vom Tisch, als quasi Pietro Fittipaldi dann aus der Box gefahren ist und das erste Mal heute auf der Strecke war am Nachmittag. Also das keine Möglichkeit. Der andere Grund ist, wieso man da dagegen war, dass Teams auch noch sauer sind auf Haas, weil der Haas den Ferrari doch relativ ähnlich sieht und man da jetzt wieder, wir erinnern uns alle an die Aston Martin Mercedes Saga oder Racing Point Mercedes Saga, dass man da jetzt Angst hat, dass diese ganze B-Team-Geschichte wieder vermehrt aufkommt. Bei Haas ist ja auch die Verbindung zu Ferrari gestärkt worden. Man unterhält ein eigenes Ingenieurbüro in Maranello zusätzlich zu den Kollegen, die schon im Windkanal gearbeitet haben. Deswegen ist das politisch sehr, sehr schwierig und Haas hat nicht nur Freunde. Also, das hat sich mal wieder gezeigt in der Formel 1, sobald es da irgendwie um einen Vorteil geht oder irgendwas, da gönnt man den anderen den Dreck unter den Fingernägeln nicht, selbst in der aktuellen Situation bei Haas. Wie es jetzt aussieht, kann Haas wohl die nächsten Tage abends länger fahren und so die vier Stunden reinholen, weil man auch eingesehen hat, okay, die können eigentlich nichts dafür. Haas mag diese Lösung überhaupt nicht und man schaut, ob man vielleicht doch noch irgendwie was anderes machen kann. Abends ist ja kein Problem, zumindest weil hier Flutlicht ist, also da kommt man zumindest nicht in die Bredouille. Und dann gab es mal wieder ein bisschen was von der Gewichtsfront, das interessiert euch ja mal ganz besonders. Das Mindestgewicht, es wurde jetzt tatsächlich angehoben, allerdings nur ganz sanft, von 795 auf 798 Kilogramm. Es ist natürlich eine absolut absurd schwere Formel 1, das war ja davor schon die schwerste Formel 1 in der Geschichte. Ich war gegen die Anhebung des Mindestgewichts, weil ich gesagt habe, es gibt ein Budget Cap, also eine Budget-Obergrenze. Innerhalb derer muss ich dann schauen, wofür gebe ich mein Geld aus, für Gewichtsreduktion oder für Aero-Entwicklung oder was auch immer. Fahrergewicht ist kein Thema, weil der muss zusammen mit dem Sitz 80 Kilogramm auf die Waage bringen. Also da kann ich nicht sagen, da hätte jetzt irgendjemand wieder einen Nachteil. Ich muss ein bisschen zurückrudern, denn es gibt jetzt doch einigermaßen sinnvolle Gründe, wieso es diese leichte Anhebung gibt, um 3 Kilogramm. Zum einen sind die Reifen ein bisschen schwerer, als man ursprünglich dachte. Da kommt nochmal 1,5 Kilogramm etwa dazu. Und die FIA hat den Teams tatsächlich die Pistole so ein bisschen auf die Brust gesetzt, weil man bei der FIA gesehen hat, okay, diese verbiegsamen Unterböden, die sind uns ein Dorn im Auge. Es geht da vor allem darum, dass in den schnellen Kurven der Unterboden vor dem Hinterrad nach unten abtaucht, auf der kurvenäußeren Seite. Da fungiert dann quasi wie so eine Schürze, dichtet dann quasi den Unterboden ab. Das will man verhindern, indem man eine Strebe macht. Die Strebe ist am Chassis befestigt und führt dann an den Unterboden und hält somit diesen Unterboden fest, damit der nicht absackt. Ist teilweise nicht mal gewollt bei den Teams, aber der FIA ist das Ganze trotzdem ein Dorn im Auge, dass das absichtlich irgendwie so genutzt wird. Und deswegen führt man da jetzt noch diese Strebe ein. Dann haben natürlich die Teams gemotzt, Moment mal, jetzt erst die Reifen schwerer als gedacht, jetzt sollen wir dann noch diese kleine Strebe dahin machen. Die Strebe ist wirklich nicht schwer, aber es war ein Argument, ein zusätzliches Argument der Teams, die das Gewicht ohnehin schon anheben wollten. Und dann hat die FIA gesagt, okay, wir gehen einen kleinen Kompromiss ein und dann müsst ihr aber dem Ganzen zustimmen mit der Strebe. Wir hätten es sowieso durchgezogen, dann machen wir das aus Sicherheitsgründen und fertig. Also hat man jetzt diesen Mini-Kompromiss gefunden. Die Teams, die auf der leichten Seite waren, allen voran natürlich Alpha und möglicherweise auch noch McLaren, die haben jetzt keinen so großen Nachteil dadurch. Und das, was Red Bull wollte, die wollten ja eine zweistellige Kilogrammzahl an Anhebung des Mindestgewichts. Da ist man jetzt auch nicht wirklich großartig weitergekommen damit. Deswegen sage ich an der Stelle, es klingt blöd, ist nicht schön, die Autos sind insgesamt zu schwer, ja, aber an der Stelle macht es dann schon zumindest einigermaßen Sinn. Also, ihr habt gesehen, einiges los an diesem ersten Testtag und ganz, 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 ganz wichtig, nicht vergessen, die neue Printausgabe von motorsportmagazin.com ist da. Frisch aus der Druckerei, die ersten Abonnenten werden in den nächsten Tagen schon damit beglückt und wenn auch ihr zu den Abonnenten zählen wollt, geht ganz einfach, wir haben es unten in die Beschreibung gepackt, wo ihr das Ganze machen könnt. Und ganz wichtig, es kostet sehr, sehr wenig und ihr kommt fast jederzeit wieder aus dem Abo raus, also keine Abo-Falle, alles ganz fair und wenn euch der Inhalt gefällt, dann wollt ihr es ja sowieso nicht kündigen.